Aber da ist auch so ein Terracotta-Block, ne? Ja. Ach ne, hier kannst du den Schlüssel reinmachen. Mach mal. Ne, hier kann ich keinen Schlüssel reinmachen. Brauchen wir hier einen besonderen Schlüssel? Keine Ahnung, das ist auch blau, die anderen waren nicht blau, oder? Ja, ne, ich glaube nicht. Ja, boah, ja. Achtung, Absturzgefahr. Naja. Machst du mit dem da unten? Ist das der, den wir schon hatten? Ja. Okay. Glaube ich schon. Okay, den hier oben, aua. Den hier oben müssen wir uns irgendwie merken. Ja, man kann ja hier... Was macht das, wenn man Rechtsklick drauf macht? Ändert das das Item, was innen drin ist? Ne, das ändert sich automatisch. Ich glaube, es macht gar nichts. Vielleicht ist nur so ein Geräusch, dass es halt gesperrt ist. Hm, das kann natürlich sein. Da oben geht es nicht mehr weiter dann, oder? Äh, ach so. Stimmt. Wobei ich die Lampen noch haben will. Ah, da kommt man also schlecht hin. Hm. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Ich mach einfach so. Okay. Gut, gut. Wunderbar. Gut, ja. Hinter den Dingern, wo man Schlüssel reintun kann, in der Wand, ist auch eine Lampe. Ja. So, dann können wir jetzt hier zurückgehen, oder? Äh, ich bin schon... Ich dachte, du wärst schon mitgekommen, aber... Nö. Da hab ich mich wohlgeirrt. Ja, ich auch. Dann... Aber die Leiter mal ganz runter. Da bin ich auch. Ganz runter? Ja. Aber hier geht's... Hier ist noch Sonderraum, oder war das der, wo wir drin waren? Ne, hier waren wir schon. Ne, hier direkt daneben ist noch mal ein Raum, wo es hoch geht. Da, wo wir rausgekommen sind, ist direkt daneben noch mal eine Tür. Wo? Ach so. Oben. Ach, da hör ich dich, ja. Ja. Hier waren wir gerade, und hier gibt's aber noch was. Ach so. Ja, gut. Ja, da hört's auf. Lug und Betrug. Ja. Okay. Ja, dann haben wir aber hier alles, oder? Ja, ist die Frage, ob wir diese Dinger abbauen sollen. Oh, da oben ist noch so ein Teil, guck mal. Oh, ja. Die klingen ja cool, wenn man die hinmacht. Ja. Ups, top. Oh, geil. Was hab ich bekommen? Drei Windkugeln. Toll, unheilvolle Flasche. Trink die mal. Ne. Da kann ich drauf verzichten. Weißt du, bist du schon unten? Ah ja. Hm. Da drüben ist aber noch ein Fass unter dir. Weiß nicht, ob man das schon haben. Ne. Aber kommt man da noch anders hin, oder nur von da, wo ich bin? Weiß ich gar nicht. Ich seh grad keinen anderen Weg. Ne Steinachst. Wow. Ah doch, dann hab ich das schon aufgemacht. Die Steinachst, die kenn ich. Ach. Persönlich. Gut, jetzt ist die Frage, wo gehen wir weiter, weil wir können entweder hier durch den großen Raum, kommen hier die Treppe hoch und dann weiter. Ja. Falls wir da noch nicht waren. Ich glaub aber nicht. Oder wir gehen die Leitern runter, weil es geht noch weiter runter und da geht's auch noch weiter. Ja, das stimmt. Gute Frage. Ich bin ja grad noch immer an dem Zeug abbauen, aber ich weiß gar nicht, ob wir so viel davon nehmen als brauchen. Wahrscheinlich nicht. Genug. Oha, hier waren's im Rackblock drin. Wo bist du hingegangen? Ich bin immer noch in dem Raum, aber ganz unten. Ah ja. Da sehe ich dich. Ah, hier geht's auch noch weiter. Oder? Oh ja. Boah, es geht in alle Richtungen noch weiter. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Hm. Wir kommen von... Kommen wir überhaupt wieder da hoch? Hm, weiß ich nicht. Ja doch, hier alle leider. Ich würde... Komm, wir gehen einfach mal... Wir gehen einfach mal hier die Treppe hoch. Diese große. Ja, hier. Hm. Die Truhe ist schon leer, aber hier geht's jetzt noch in den nächsten Raum. Was ist das? Hier kann man Schlüssel reinmachen. Oh, Achtung. Aber... Das sind die neuen Viecher. Oh, nee, das sind keine Widerspiele. Ja, aber die... Ja, das sind diese Neuen. Die haben Giftpfeile. Ich hab auch Pfeile. Aua. Die haben Pilze auf dem Kopf. Aber besonders stark sind die nicht. Aber gut, ich mein, wir sind auch voll overpowered eigentlich. Hast du das Zeug schon aufgesammelt? Von dem... Ja. Von dem Ding. Ah, da gibt's wieder Schlüssel. Das sind aber andere. Nee, doch. Hier kann man noch einen Schlüssel reinmachen. Okay, sind gerade Menschen da? Nee, oder? Ich hab'n Dreizack gekriegt. Oha. Durch dieses Ding? Alter, ja. Das ist schon geil. Vielleicht kriegen wir noch einen. Das wär gut. Ich mein, ist bissle jetzt easy, einen Dreizack zu kriegen, aber gut. Noch. Aha. Ich hab' noch eins. Da drüben spawnt gleich was. Oh. Was sind das für Viecher? Oha. Alter. Die verbrennen einen ja. Nee. Das verbrennt einen nicht. Das hat meinen Pfeil auf mich zurückschossen. Deswegen hab' ich gebrannt. Was sind das für Viecher, Mann? Und wie kann man die Boxen? Also ich hab's mit meinem Pfeil gerade getroffen. Oha. Oha, geil. Ne Böenrute. Hier ist noch eins. Oh. So. Noch eins. Oha, noch eins. Aua. Aua. Hey, ich bin hier reingefallen. So. Die schubsen einen so weg. Wo ist's denn? Okay. Alter, was ist das da oben? Oha. So ein Effekt. Wo ist denn das Viecher hin eigentlich? Das fliegt hier unten. Sollten, glaub ich. Hast du hier einen Schlüssel reingeschossen? gemacht? Äh, ja. Ich tue hier was. Hast du einen Trank geworfen? Äh, nee. Ich bin hier drauf getreten. Und das wirfst irgendwo einen Trank raus. Jetzt ist ja leer. Wo ist denn dieses Ding, Alter? Ich hör das die ganze Zeit, aber ich seh's nimmer. Keine Ahnung. Ist das dieser Wind da oben? Was gibt's denn hier? Toll. Ich hab auf den Dispenser gedrückt und wurde mit einem Vergiftungstrank abgeworfen. Ja, ja. Ja, ja. Aber warum drückst du da auch drauf und guckst nicht rein? Hm, weißt du nicht. Vielleicht gibt's ja eine tolle Überraschung. Ja, gab's. Guck mal, du kannst dich hier verstecken. Ich muss mich, äh, vor dem Tod verstecken gleich. Ich hab noch 15 Sekunden vergiftern. Ah. Aber von Gift kannst du nicht sterben. Ja, immerhin. Aber wenig Herzen hab ich trotzdem. Mhm. Nur noch vier. Schlecht. Ach, der ist hier unten eingesperrt. So, ein Apfer. Das trifft sich gut. Den schieße ich jetzt hier durch ab. Aua. Alter. Hä? Aua. Oha. Ich glaub, den kann man nicht mit Pfeilen abschießen. Kann sein, aber ich muss erst mal heilen, bevor ich in den Kampf gehe. Na, ist schon tot. Gut. Ah, hier ist der Schlüssel. Okay, das heißt, hier haben wir den Schlüssel reingetan in die Mitte, ne? Ja. Und den Schlüssel hast du aufgesammelt von da drüben. Hier gibt's noch was. Langsamkeit. Da oben ist noch was. Guck mal hier. Ja, das hab ich auch schon gesehen. Ist die Frage, wie man da hinkommt. Eigentlich müsste man sich da hochbauen. Was gibt's hier? Eine Feuerkugel. Fresh. Ich hab übrigens einen Bolzenrüstungsbesatz gekriegt. Oh, geil. Aber mein Inventar ist schon wieder voll und meine Truhe auch. Ja, meines auch. Warte, wir können mal hier kurz, ähm, hier bei der Fackel. Und dann... Okay. Ach, hast du schon welche aufgestellt? Ich hab auch noch welche. Ich schmeiß einfach alles rein, was ich hab. Ja. Alter, das ist viel Ramsch. Jetzt ist mein Inventar wieder leer. Ja. Ah, meins auch. Okay. Ist der hier schon mal hochbauen? Ähm, ja, ich glaube. Ja. Aber gibt's hier noch einen, der noch nicht benutzt ist? Ja, der oben. Nur der? Ja, ich glaube. Okay. Man kann aber hier sich hochbauen, so, mit einem Block und dann. Ich hab hier schon... Aha. ...ich auch hochgebaut. Aber die sind anders. Vielleicht gibt's da andere Schlüssel dafür. Ja, das ist eine leere Truhe. Hast du vorhin nicht gemeint, du hast andere Schlüssel bekommen? Naja, dachte ich, aber das waren die gleichen. Die haben nur mit dem Shader so geleuchtet. Okay, gut. Hier oben ist dann auch nichts weiter. Außer eine leere Truhe. Das heißt, wir haben zwei von denen, die wir nicht aufgekriegt haben bisher. Das müssen wir uns merken. Dann können wir hier unten weiter, oder? Ja. Das ist ziemlich groß. Ah, hier kann man noch einen Schlüssel reintun. Mal gucken. Äh, hallo? Toll, ich seh gar nicht, was es ist, weil das so schnell in dein Inventar wandert. Also noch ist schon wieder das gleiche, was wir schon haben. Wobei eine Bannervorlage, aber pff. Aber, ja, diese, noch mal solche Windkugeln und so. Ich hab keine Ahnung, was man damit macht. Das müssen wir mal gucken nachher. Und da muss ich immer an Windbeutel denken. Ja. Ähm, okay. Dann sind wir hier durch. Ich glaub, ja. Okay, dann geht's jetzt noch nach unten und dann würde ich aber erst auf der anderen Seite durchgehen. Gibt's hier überhaupt was, oder ist hier nur Wasser? Ja, da schon was. Aber doch, hier gibt's noch was, ne? Hier gibt's noch was. Einmal ne Truhe mit nem Kuchen und nem Diamant und nem Eisenblock. Boah, geil. Und hier? Ah, ja, aber das ist auch schon blau. Das war einer, ja. Ja, da passt das nicht rein. Na gut. Dann merken wir uns das für nachher. Hast du hier schon in die Fässer überall reingeschaut? Ich glaub, ja. Also, ja. Ich hab nicht alles mitgenommen, weil da voll oft irgendwelcher Müll drin war. Ja, sieht man. Wo reingeguckt hab ich. Okay. Hey, du bist ja schon weiter. Ja. So. Hier ist was und da ist was. Ist das ein Spawner? Ja, sieht so aus. Aber was für einer. Ich spanne schon mal meinen Bogen. Ach, das sind wieder solche. Ach. Kleine Fässer-Pause. Irgendwie waren die alle auf dich fokussiert. Ja, voll gemein. Geil. XP. Her damit. Was gibt's hier? Tufstein. Alter, das ist aber auch noch voll riesig hier. Muss mal gucken, dass man sich nicht verläuft. Hier gibt's auch noch eine Tür. Die lass ich jetzt mal zu. Ja. Ich bin mal hier hochgegangen. Aber mein Inventar ist schon wieder voll. Krüge ab. Oh, hier schon runter. Oh, ich hab keine Fackeln mehr. Ich hab noch. Ja, ich auch in meiner Truhe. Genau, das war die Tür, die ich gesehen hatte. Ah ja, dann. Sind wir jetzt einmal oben rum quasi. Ja. Ja, hier waren diese Teile. Ja. Heißt, hier geht's noch weiter. Ne, da war der Brunnen, genau. Da oben gibt's noch so ein Ding. Aber vielleicht würde ich dann zuerst durch die Tür gehen. Ja, können wir. Aber ich hol mir vorher neue Fackeln. Moment noch. Ich hätte die auch welche geben können. Ich hab noch Stackweiser, aber naja. Das passt. Ähm. Oh, die ist voll. Die hier ist nicht voll. Ist da noch Platz für mich? Ne. Dann brauchen wir noch einen. Hast du schon mit, hast du schon mit der her? Die hier. Der schallt richtig ineffizient, weil wir bestimmt voll viele gleiche Items nicht übereinander gestackt haben. Aber das können wir dann machen, wenn die alle voll sind. Ja. Dann reißen wir einfach alle ab, schmeißen alles auf einen Haufen und dann rennen wir rein. Ja. Okay. Ich hab genau den Kuchen gesehen. Den gibt's zum Abschluss als Belohnung. Oha, Redstone. Und mehr nicht oder was? Schon ein bisschen enttäuschend. Das will ich nicht. Aber die Lampe. Okay. Okay. Dann geht's jetzt hier weiter. Und da oben ist so ein Ding. Allerdings glaube ich, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein blaues. War's ein blaues? Weiß ich nicht. Ich muss ein bisschen meine Blöcke... Zusammenkratze. Ja, hier so, so und dann kann ich die wieder abbauen und dann geht's. Ja, ist ein blaues. Da passiert gar nichts. Ich weiß halt nicht... Da drüben sind noch zwei Spawner. Haben wir die noch nicht ausgelöst? Wir haben den unten, glaube ich, oder? Dann würde ich da jetzt hingehen. Aber dann kann man hier hoch und her so... Ja. Oh ja. Irgendwie ist das so ein bisschen... Naja... Nicht zu einfach, aber doch schon irgendwie zu einfach. Es ist schon relativ einfach, ja. Bis einer stirbt. Weil es eben nicht einfach war. Ja, weiß nicht. Das ist halt schon... Irgendwie... Schon einfach. Aber wir sind auch gut ausgerüstet, das muss man sagen. Hast du die Schlüssel wieder? Ja, ich hab mal hier... Das Maragde, das Maragde, das Maragde. Okay, hier war nur das Maragde drin. Oh, ein Schleim. Hallo? Ach, das hier ist ein Schleim-Spawner. Ah, den hab ich gar nicht gesehen, dass da einer ist. Ja, ich auch gerade erst. Ah, da unten ist noch so ein Skelett. Jetzt nimmer. Ups. Was war das? Dieser... Dieses Ding. Aua. 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 Ups. Eigentlich muss man erst mal nur die Großen weghauen, weil die Kleinen können einem eh nichts machen. Ah. Aber die Kleinen geben ganz viele Schleimbälle. Mhm. Dieser Krug sieht voll cool aus. Ja. So eine Axt drauf. Ach, da unten ist noch so ein Viech. Na? Irgendwie ist es weg. Oh, hier ist noch was aktiviert worden. Wisch. Ah, kommen wir zu mir. Ach, den haben wir schon. Ah, den haben wir schon. Beide. Ah, das war der Spawner, ja. Ja, ja. Okay. Sollen wir da mal hier reingehen? Ja. Ja. Danke. Ja. Bis zum nächsten Mal.